Windrad vom Feld Einfach hier unten auf den Stop-Button und schon ist Schluss. Aber ich hoffe, ihr kommt mit und los geht's. So, und das war gut so, dass ihr euch entschieden habt, nicht auf den Stop-Button zu klicken, denn wir gehen jetzt hier in diesen Wald rein und hoffen, dass wir ein paar Tiere sehen. Also, kommt mit. So, dann pirschen wir uns mal ganz langsam ran hier. So, ganz leise mal. Wow, was ist das denn? So, dann pfiff. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020